Hallo liebe Leute, einen fröhlichen 20. Dezember. Ich habe fast keine Zeit. Ich fahre mit meiner Schnecke, die ist da, die schafft gerade, mit Küche, gleich zum Berl. Und dann gucken wir das. Habe ich nicht geschenkt bekommen, habe ich jetzt einfach, haben wir uns ausgeliehen, vom Vater von meiner Freundin. Weil wir heute alle Alien-Teile gucken wollen und ja, und habt die Quadrologie mit Bonus und was weiß ich. Schinken, Schauen, Ping, Pang, Pong. Mein heutiges Geschenk kann ich euch nicht zeigen. Ihr habt da sicherlich gemerkt, dass ich euch einige Geschenke schon nicht gezeigt habe, weil manche halt nicht für Kinder geeignet sind. Aber naja, so, das Thema heute ist Alien. Nein. So, mein heutiges Thema, oh mein Gott, bin der PC. Das heutige Thema bin natürlich ich. Ich fahre gleich zu Berl. Und ja, es geht einfach um Filme, die ich gerne schaue. Also unter anderem natürlich Alien. Science-Fiction gucke ich gern. Horrorfilme schaue ich sehr gern. Actionfilme natürlich auch. Komödien auch. Ein bisschen sehr lustig. Ja, doch, lustige Dinge gefallen mir eigentlich auch sehr gut. So Comedy-Komödie-Kram. Liebesfilme natürlich nicht so sehr. Titanic finde ich ziemlich cool, aber Titanic ist ja auch Action. Damit ihr auch geschossen will. Aber sonst kann ich jetzt gar nicht genau sagen, was ich da, oh Gott, ihr merkt mir, ich hab heute überhaupt gar kein Thema. Ich hab kein Thema. Shit, ich weiß was. Ich bin eher gemütlich. Jetzt kommt's raus. Wenn ich die Wahl habe zwischen zum Beispiel so einem Ultra-Club mit Schaumparty, mit, was weiß ich, nackte Weiber, nackte Kerle, je nachdem, was man gerne hat. Und alles mögliche. Und mit 1, 2, 3, maximal 4 anderen, also zu 5. Und mit dem Lagerfeuer hocken und so. Auf jeden Fall will ich auf jeden Fall das Lagerfeuer. Hallo, wer geht noch in den Club? Die Heizung, falls ihr euch wundert, was da so pischert, das ist die Heizung. Habt ihr mal geguckt? Am 31. Wir haben mit einer Freundin, mit einer Freundin von meiner Freundin, gehen wir in so einen Club für so eine Bad Taste Party. Die Zeit vergeht, wie gesagt, wie im Flug und wir müssen jetzt eigentlich gleich los. Von daher, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis morgen. Die nächsten 3, die nächsten 4 Videos, die jetzt noch kommen, sind ultra besonders und so. Jetzt guckt rein. Bis dann, ciao, ciao.